Jo Leute und damit wieder und willkommen zurück zu Spark Challenge! Tschüss Leute! Mhm Aber Ketti, als Französer ist das nicht toll? Wie schon beim letzten mal gesagt? Oder zehn Folgen vorher oder so? Oder auch Milliarden Folgen sowieso davor? Ja, wir nehmen jetzt halt nur noch alles gemeinsam auf. So. War das halt den größten Spaß? Du willst ja eh gerne mit mir aufnehmen, das ist ja das. Ja, aber bringt euch Spaß oder nicht? Nein, das bringt mich an meine Gefühlslage am Ende. Das bringt mir so sehr! Meine Gefühle und sowas werden dadurch verletzt und hast du nicht gesehen. Achja, glaub ich dir nicht. Ich komm, ich nehm mal ein Boot mit hier. Ein Boot, 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 Boot. Achja, und ja, ich hatte Hunger in der Aufnahme. Und? Was dagegen? Ja. Ich dachte, du sprichst mich darauf nicht an. Ich hab dir doch Kommentare zurückgeschrieben. Ich weiß. Nein Hund, was war mit dir los? Warum hast du Schaden bekommen Hund? Erzähl es mir. Weil du bestimmt so blöd warst. Das ist geil. Manchmal kommt das sogar vor, dass du gar nichts angelst, ne? Das kommt manchmal auch vor. Besonders bei dir kommt es öfters vor. Ja. Stimmt auch. Och. Ey. Das stimmt wirklich. Ich hätte mal lieber nachgucken sollen, ob ich irgendwie einen Fehler beim Biom generieren hatte oder so. Ändertruhe. Ändertruhe. Toll bringt der auch nicht, wenn du nur einer hast. Oder egal. Hätte man auch sagen können, man muss mindestens zwei Ändertruhen machen. Kaum aufzulegen. Ja, das bringt doch nichts. Ja, schon wieder so ein Biom. Zum Kotzen mit den Pilzen. Pilz, 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 Pilz. Ach ja. Ja, ja. Ja, Sonnenblumen. Oh, dieser Flash hat einen Schaden. Ich bin jetzt schon 5000 Blöcke entfernt, das ist doch nicht wahr. Boah. Renn, einfach renn. Vielleicht bei 9000. So wie bei mir. Genau, wenn ich dann nichts finde, ne? Hatte ich auch. Ab 9000 kam das mit einmal dann. Ja. 10.000? Toll. Bei den Hunden zumindest, ne? Ja. Aber ich hab nur diese komischen Biome immer hier. Die Hunde, die ich unterwegs verloren hab. Ich hab noch einen treuen Hund hinter mir. Oder? Doch, ich hab gedacht, der ist tot. Ach, schade. Lebt aber noch. Hätt's schön gefangen. Ehrlich. Schön schön schön. Dröw baby bell baby bell baby bell ach die schweine stehen ja auf meine karotten ich hatte eine karotte in der hand weil ich gerade das fleisch nicht gebrannt habe ja ich habe mich auch gewundert gehabt fast eineinhalb sechs schweinefleisch unterwegs mitgenommen egal egal karl sagt er wenn ich ab 15.000 keine keinen dschungel finden auf eine richtung dann 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 werde ich das projekt ja ja ich glaube jetzt 8000 blöcke in eine richtung okay danach höre ich aber auf und dann sollte ich glaube ich ein portal machen wäre ich glaube ich sinnvoller weil sie doch noch mal weiter laufen möchte vielleicht ja einfach um die zuschauer zu quälen ach geht mir doch nicht um den sack nein mache ich nicht gerne kürz gerne den zuschauer hey zombie hallo nein heute nicht ab ins fett neun ohne dunkel oh mein gott im dunkel lässt sich aber so gut munkeln sein wird die endermänner zu killen ach das geht mit den enderperlen lecker was denn fahrstuhl wieso fahrstuhl ne ich mache das jetzt hier nicht vor hochziehen naja hochziehen genau ich beherrsche mich hier war doch ein endermann toll jetzt ist er weg alles deine schuld nein ich dagegen seerosen sind tödlich seerosen geht weg seerosen versus boot das geht nicht gut ne nein toll da werden erdblock da oben ist ne witch wo ist ne witch ne witch nein hier sind keine witches ne doch bei mir nein da sind auch keine witches ne wieso nicht da will ich das spiel spielen das ist eine minecraft hex aber keine witch Ahhhhh Nap.. Нап, Nap, Nap, Nap Map 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 Was eine Hexe Hey da ist ein Creeper! Hi Creeper! Hey Mr. Creeper, komm auf meine Party Ui. Lass fallst du einen Baum. Du duul. Und Haya machen. Oh wegg ist sie. Wo ist sie gerade klebung? Ach ja, ist das schön, so lange zu... Wie ging das nicht? Das Wann, dann ist es Müllers Lust. Das Wann, dann ist es Müllers Lust. Ja, das Wann, dann. Der Flash hat einen Schaden. Nein, ich bin ein lustiger Mensch. Einen geht mir so auf die Nerven, ne, echt. Sag mal hier, Fischers Fritz frischt frische Fische. Vielleicht klappt das dann? Glaube ich nicht. Wenn das klappt, ne? Dann würde ich mich ja kaputt lachen. Wollte grad schon sagen, Klaunfisch. Aber war nicht. Ne, du musst das ja sagen, zählt ja nicht bei mir. Nein, ich wollte ja grad sagen. Nein, du musst das jetzt singen. Nein. Fischers Fritz frischt frische Fische. Fischers Fritz frische Fische. Füsse? Frische Fische? Fischt frische... Frische... Alter! Oh Mann, du hast echt so'n Knall. Nein. Doch. Nein. Meine Let's Plays sind professionell und humanlos. Humanlos? Ja. Hammerlos, meinst du? Was hammerlos, ey? Alter, hey. Hammerlos? Hammerlos. Willst du Hammerlos haben? Weiß ich nicht. Hammerlos, ein Zog sich bitte. Äh, wie sie Bubele. Wie sie Bubele? Wie sie Bubele? Wie sie Bubele? Bubele? Wie sie Bubele. 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 Bekloppt Deutsch. Ja. Der hätte bestimmt'n Bestseller. Der Bestseller ist gleich, ich finde immer noch keinen Dschungel. Oh. Ich schwöre dir, bei 15... JUNGEL, Deutsch, Deutsch, Dschungel... Wenn ich bei 15.000 kein einzigen Dschungel gefunden habe, auf einer Strecke... Hm? ...ich hör wirklich mit dem Projekt auf! Nee. Doch. Nein. Doch. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch, doch! Nein, nein! Sei ja froh, hast dann ne Chance dass ich noch in in 6.000 Blöcken irgendwas finde. Bin ja bei knapp 9.000. Im Götzchen will ich 10 Minuten, echt. Ah, ich weiß. Aua, aua. Nein, Schweine, lass mich da einfach mal in Ruhe. Das sind meine Karotten. Ba. 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 Oh, ich sollte mal gleich mich irgendwo eingraben. Ich muss mal ein bisschen Braten. Braten? Oh, da ist ein Dorf. Braten? Dorf, 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 Dorf. Wie denn Dorf? Na ja. Ich finde Dörfer und sowas öfters. Mal gucken, ich geh mal ein anderes Film und angeln von da aus. Vielleicht klappt's. Wollt's noch nie, ne? Vielleicht klappt's auch mit Fischer, Fritz. Fisch, frische, Fische. Fisch, 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 Fisch. Fisch, 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 Fisch. Guten Tag. Gute Nacht. Eine goldene Rüstung für Pferde, Obsidian und Äpfel. Komm, das nehmen wir mal mit hier. Finde ich grad auch cool. Ja, ne? So, braten wir mal hier ne Runde, meine Jungs. Brat, brat, brat. Ich schau mich mal ein bisschen hier um. Brat, brat, brat. Ach, weißt du... Ey, bin ich blöd. Ich hab doch nen Kompass gehabt. Bist auch blöd, ich weiß. Ey, ich hab doch Kompass im Inventar. Cool. Bist du schlecht, ehrlich. Schlechter als du, okay, gar nicht mehr. Doch. Ja? Man kann immer noch ne Schippe drauflegen. Ja? Wer? Ich. Du? Du kannst halt. Ey, verkauft keiner irgendwie nen Sattel oder so. Blub, 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 blub Oh, schon 11,5 Minuten wieder. Krass, wie die Zeit vergeht. Oh mein Gott. So schnell. Hm, exquisite Note, der Herr. Exquisite, exquisite. Glaub ich dir. Welcher Jahrgang war das? Vor einem Tag. Der Gett noch im Magen. Vor einigen Tagen. Höhlen sind nicht gut, wenn ich da jetzt reingehe. Ich glaube, da sterbe ich drinnen. Irgendwie, ja, ich verstehe schon dein Leiden, aber musst du das hier auslassen, dein Leiden? Muss ich alles in der Aufnahme auslassen. Okay. Kann ich verstehen. Glaube ich dir nicht. Ne. Würde ich mir selbst auch nicht glauben. Gar nichts verstehen. Doch, ich verstehe einiges. Nein. Oh doch, mein Freund der Nacht. Nein. Hund verfolgt mir nicht in die Höhle. Das ist nicht gut für dich. Hunde und Höhle ist nicht gut. Ja, oh Spinne. Spinne. Ich spinne. Ich spinne. Ich bin ein Flash. Nein. Boah, wollte die meinen Hund töten. Oh, der ist fast down. Bist du schlecht, ehrlich. Ach ja. Ach komm, verlieb dich nicht. Das ist immer schlecht. Hunde, du darfst dich nicht verlieben hier. Nein. Oh, da war nur eine Fledermaus. Ich dachte, der wäre ein Creeper oder sowas. Huh. Ich hatte schon fast was in der Hose gehabt. Wie. Aber nur knapp. Das dauert ja hier noch sehr, sehr lange. Bei mir auch. Kann ich ja irgendwo ein bisschen Stein abbauen, damit das gleich ein bisschen schneller geht. Villager, ihr bekommt den Stein irgendwann wieder. Dann weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob du wieder da vorbeikommst, ne? Ne? Eher selten. Ach so. Oh, die Last Minute. Last Minute Reisen jetzt buchen. Woohoo! Agatha's Feeling! Yeah! Uh, yes! Uh! Gibt's denn hier ne Workbench in dem Saftladen? Hallo! Ja, macht nicht so komische Geräusche. Du hast nen Knall. Du hast nen Knall. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil die nicht so schnell sind, was sie noch sind. Hauptsache World Edit benutzen, aber keine Rucksäcke irgendwie verteilen. Ja, ja. Eins, zwei, drei. Was soll man dazu sagen? Mh... Mach mal hinne! So. Blub, 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 blub. Und ich wollte mal sagen, dann beenden wir jetzt die Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei Spark Challenge. Tschüss! Tschüss! Das war's.